Du wirst sterben. Wir werden alle sterben, du Klaus. Ich bin hergekommen, um meine Frau zu betrügen. Warum? Weil ich schon was noch nicht so gemacht habe. Ich wäre froh, wenn ich überhaupt eine Frau hätte. Die Liebe meines Lebens ist doch klar. Eine Frau hat was mit meinem Haus hast. Mein Film, Sie anfangen Leute zu lassen und ich stehe ganz oben auf der Liste. Hast du eigentlich vor gar nichts Angst? Ich habe das Studium geschmissen, das mich nicht interessiert hat. Ich habe mich von den Typen getrennt, der mich nicht geliebt hat. Die müssten wir uns jetzt anhören. Ich hoffe, dass wir keinen wieder dabei haben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020